Stehen Sie mehrere Male auf und sitzen Sie wieder ab. Falls nötig, halten oder stützen Sie sich an den Armlehnen. Stehen Sie mehrere Male auf und sitzen Sie wieder ab. Falls nötig, halten oder stützen Sie sich am Bettrand oder probieren verschiedene Betthöhen aus. Laufen Sie an Ort und Stelle und halten Sie sich, falls nötig, leicht am Tisch. Diese Übung können Sie gegebenenfalls auch mit Ihrem Rollator durchführen. Stehen Sie auf die Zehenspitzen und heben Sie die Ferse so weit es geht. Halten Sie sich leicht am Tisch, damit Sie das Gleichgewicht nicht verlieren. Strecken Sie die Beine im Wechsel zur Seite. Halten Sie sich, falls nötig, leicht am Tisch. Wechseln Sie das Bein nach drei bis fünf Wiederholungen. Sie können die Übungen täglich machen, jeweils drei Serien auf fünf bis zehn Wiederholungen. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an das Gesundheitspersonal. Wir wünschen Ihnen gute Besserung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.